Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Batman Arkham Origins und wir machen wieder weiter. So in den letzten Part haben wir hier aufgehört. Bei Joker und bei Harley. Und ja, mal gucken. Mal schauen was uns hier so erwartet. Natürlich für mich hier das erste Mal gerade mit Joker. Ist schon echt nice. Zwar ist es nicht so cool wie Batman, aber ist immer was cooles. Ist jetzt noch kein Chan. Ah, der Elektroschocker, der Klassiker. Für die Leute die gerne so Tricks mögen oder Scherzen machen. Elektroschocker an der Hand natürlich. Der Klassiker. Ganz einfach. Besiegt. Okay. Einer noch. Und ich will, dass sie bei diesem ernst bleiben. Schicksal. Weißt du was lustig ist? Okay, Chemiefabrik. Okay. Das Schicksal wäre böse. Vorher bestellt, wenn ich nicht höre Fechte. Mal gucken. Sie haben ja irgendwie so einen Kelp und so einen komischen Helm. Sieht irgendwie komisch aus. Mal gucken. Ich bin echt gespannt was hier noch so erwartet. Vielleicht noch irgendwas spektakuläres oder so. Ich weiß es nicht. Werden es dann schon irgendwie sehen. Okay, rennen kann ich nicht, aber ich kann schleichen. Das bringt mir leider nichts. Ich muss jetzt hier runter. Ja. Alles war alles vorherbestimmt. Alles führte zu der Person, die ich heute Nacht getroffen habe. Einmal klettern. Ja. 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 Und man könnte sagen, es änderte alles. Ja. Ja. Jokas Funland. Okay. Hört schon wie ein Freizeitpark. Ich meine verstehst du in was wir haben? Ja gut, es war eher so ein kleines Freizeitpark. Ja. So. Dann rennen wir mal hier hoch. Nehmen wir mal hier durch. Mal gucken. Was ist jetzt? Was für ein Gefühl erzeugt das? Als Mensch hat es dich gar nicht. Oh. Oh. Ich bin wirklich hilflos. Schwebend. Als hätte jemand den Stöpsel aus meiner Realität gezogen und ich wurde hinabgerissen zu etwas völlig Neuem. Das ist alles wirklich aufregend. Aber du kannst gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ich... Doch. Können Sie mir mehr darüber sagen, was Sie für diese Person empfinden? Als ob ich jemanden treffe, mit dem ich mich identifizieren kann. Was, das kannst du mir glauben, noch nie passiert ist. Du verstehst das. Du hast keine Angst vorm Loslassen und Fallen. Freier Fall. Und ich habe keinen Schirm. Juhu. Ah stimmt, die Szene kennen wir ja. Es ist so plötzlich. Ja. Ja, das tue ich. Das dachte ich mir schon. Also, darf ich fragen, wer ist diese Person? Oh, jemand wirklich, wirklich Besonderes, dessen Name ich noch nicht mal kenne. Mein Name ist Harleen. Harleen Quinzel. Du hast ein schöner Name. Nennen deine Freunde dich, Harleen? Oh. Ich habe nicht viele Freunde. Tja, Harleen. Jetzt hast du einen. Okay. Mal gucken. Aber die Szene kennen wir doch, oder? Aus Batman Asylum war da auch so eine Art Szene. Es ist vielleicht antiklimaktisch, aber ich dachte, Sie könnten nun endlich Weihnachten feiern. Jetzt, wo der Joker gefasst ist. Wayne ist noch da draußen. Ich muss das Signal des Pilesenders finden, den er trägt. Selbst Sie müssen essen, Sir. Wenn du nicht die Polizei gerufen hättest, wäre er jetzt in Gewahrsam. Wissen Sie, ich habe auch etwas versprochen. Ihren Eltern. Nicht jetzt, Alfred. Er ist evakuiert. Sie haben Bomben und am Fundament gefunden. Gleich ist sie am Heu. Irgend so ein zugeknallter Freak. Bestimmt 200 Kilo Muskeln. Hat sechs Kops gebraucht, ihn niederzuschießen. Ja, ich habe die Leiche gesehen. Könnte Bane oder einer seiner Männer sein. Wenn ich es schnell in die Leichenhalle schaffe, kann ich Leiche und Obduktionsberechte untersuchen. Nun, bevor Sie gehen, ich habe die chemische Substanz aus dem Stahl erkundet. Sie stimmt mit ihrem globulären Projektil für Lichtnetale fixieren. Du meinst die Klebergranate? In der Tat, das Harz ist ausgehärtet. Es liegt an ihrer Werke. Okay, auf geht's zur Werkbank. Wo war denn die Werkbank? Da war es unten bestimmt. Die Werkbank. Also hier. Klebegranate. Hätte aber echt cool an Klebegranate. Okay. So. Nehmen wir das gerade mal mit. Und dann geht es weiter. Aber wenigstens wissen wir jetzt, wie... Jock und Harley Quinn sich kennengelernt haben. Wir gehen hier lang. Äh. Okay, wollte ich nur sagen. Was ist denn los? Stopp! Was ist denn los? Was ist denn los? Ich kann sie nicht guten Gewissens gehen lassen. Sie sind diesen Killern unterlegen und... Was? Sie sind kein harter Ordnungshüter. Sie sind ein junger Mann mit einem frohen Zucki-Zorn. Sie sind dem nicht gewachsen und ich... Ich will nicht, dass sie deshalb sterben. Das mag sein! Das mag sein! Stopp! Ich will nicht der Grund bin, dass sich die Kriminellen auf die Mordendämmerung freuen. Also nein, Alfred. Ich bin dem gewachsen. Ich will nicht in meinem Ende sein. Aber ihr ist ganz bestimmt! Okay. Ja. Wir sind mit der Retter. Sozusagen. Aber Alfred will ja nur das Beste, dass uns halt nichts passiert. Zum einen verstehe ich Alfred natürlich. Also der will ja, dass es uns nichts passiert. Sondern dass wir überhalten... Ja. Halt. Nachhause kommen. Weil Ben ist schon ein sehr starker Gegner. Haben wir ja in letztem Partjahr gemerkt. Ja. Der war schwieriger als... Na gut. Der war jetzt nicht so schwieriger wie Deathstroke. Aber... Na gut. Er war trotzdem mächtig. Ich muss einen anderen Weg hineinklinken. In der Tat. Sir. Es tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Ich hoffe, Sie verstehen. Es war nur weil... Schon gut. Ich verstehe. Ja. Da habe ich es gerade bestätigt. Er will ja nur das Beste von uns. Also das verstehe ich ja natürlich. Und... Ja. Woher müssen wir denn eigentlich stellen? Ah, da vorne. Okay. Dann müssen wir da runter. Müssen wir nämlich hier lang. Ja. Ja. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Ich bin gespannt. So. Sehr gut. So. Dann gehen wir jetzt da weiter. Ah. Da vorne ist es ja. Da müssen wir hin. Ist gut. Woher müssen wir denn hin? So. Wir sind doch hier. Sind wir da blüber? Oder sind wir richtig? Oder... Scheint irgendwie richtig zu sein. Ja. Ja. Wir müssen da vorne hin. Okay. Also hier ist nämlich schon öfters ja rüber geflogen. Das weiß ich noch. So. Wird bis jetzt ja zumindest zu viel Story. Aber... Wir kommen trotzdem gut voran. Mal gucken, was uns dann so erwartet. Ich bin gespannt. So. Wir müssen halt noch ein bisschen gleiten. Bis wir da sind. Dann hoffe ich mal, dass wir schneller hinkommen. So. Ah. Davon ist es ja doch. Ist gut. So. Davon ist es ja doch. So. So. Ist ein Clash da. Ah. Davon ist es doch. Da müssen wir hin. Sieht so aus wie eine Fabrik hier. Oder was sagt die? Das sieht er so. Oder? Er ist eine Fabrik. Aber wir sind da. Das ist gut. Ja. Ja. Wir sind da. Hier sind wir. Geht's da rein? Ah. Okay. 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 Nee. Warte. Das ist doch nur... für die Trophäe oder? ok, nur für das. na super. starte. da können wir hin. aber wo müssen wir denn noch hin? da müssen wir da runter. gucken mal sehr gut komm schon jetzt muss ich runter so aua komm komm, sehr gut rezeptiert dran ok wo ist das jetzt? ok aber wo müssen wir denn hin? das ist ein tiererstisch hier, genau, hier das ist ja unten da noch irgendwas ah, da ey au komm schon komm schon ok, es sind so viele so seid ihr dran? komm schon komm schon war's das? ja, jetzt war's es aber ich denke mal, wir sind tiererstisch okay Leichenhalle, ah ok So Mal gucken So Leute, willst du sagen, welchen Part? Ich hoffe es hat euch gefallen, nichts weiter geht es dann mal zur Leichenhalle Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne dann noch umgeben Und bis zum nächsten Mal von Batman Arkham Origins Von Soldiers von Notion